Herzlich Willkommen Leute zur Raw Review vom 24.11.2014 mit dem lieben Simon White okay bzw. Simon. Yes, 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 okay. Mein letzter legendärer Pick war bei Raw, tatsächlich, ja. Und übrigens, das neue Update ist draußen. WWE Supercard Update ist draußen und es gibt die neuen Survivor-Karten. Und ich bekomme es nicht mit. Was? Und ich bekomme es nicht mit, ich muss später noch das Supercard aufnehmen. Ja, du musst auf jeden Fall, also Leute, ihr seid doch bestimmt der Meinung, dass Simon wieder Supercard machen sollte auf seinem Kanal, oder? Ja, also, ist ja wohl klar. Ja, aber kommt mal zur Raw-Ausgabe aus. Wir kommen zur Raw, Alter. Indianapolis, äh, Minnesota. Indiana. Oh, Indianapolis, Indianapolis. Wieso komme ich immer auf Indianapolis, Minnesota? Oh, nee, bitte nicht. Nee. Hauptsache nicht, Hauptsache nicht in Boston. Ja. Übrigens, die Yassi ist wieder verhindert. Die ist jetzt in der heißen Abi-Phase und, ähm, ja. Anfang, nee, Ende November. Wann schreibt man das Abi-Tur? Ich glaube, im Mai oder so. Ja, halt die ganzen Klausuren noch und so weiter, also. Ja, okay. Und, ähm, aber wenn sie dann das Abi hat, ist sie vielleicht bei jeder Ausgabe dabei, das heißt... Nach WrestleMania. Ja, Alter. Ich freue mich schon jetzt so auf WrestleMania. Vor allem, äh, kurz nach WrestleMania, 18 Tage nach WrestleMania ungefähr, gehen wir ja zu WWE Frankfurt. Äh, nee, nicht WWE Frankfurt, WWE. Oh, bitte nicht. Bitte nicht Frankfurt, Junge. Tim Wiese. Ja, okay, wir kommen zur Raw-Episode. Ähm, ja, eröffnet wird die Show erstmal mit Triple H und Stephanie McMahon. Haben wir ja schon lange, lange, lange Zeit nicht mehr gesehen. Nee. Dass die Authority am Anfang rauskommt, aber das war jetzt vor erst das letzte Mal. Triple H regt sich natürlich wieder super auf. Ähm, und auch Stephanie und, äh, kommt dann auf Sting zu sprechen, dessen Comeback er nicht versteht. Vielleicht wollte Sting mit diesen 30-Sekunden-Auftritt seiner Karriere nur etwas Relevanz, äh, zeigen. Hat er gesagt, das war auch ein geiler Satz. Ähm, ja, und, ja, Triple H ist eben sehr, sehr enttäuscht darüber, dass er jetzt nicht mehr Teil der Authority ist. Er hasst John Cena, Dolph Ziggler, Ryback, und die würden ohne ihn nicht existieren. Ja, dann kommt auf einmal Mr. Goat hier aus. Ach, ja. Wunderschöner Moment, Daniel Bryan. Die Halle Chanted Yes, wobei es war, glaube ich, ein bisschen leiser, dieses Gefühl. So die Crowd allgemein. Ja, kann sein. Ähm, auf jeden Fall, ich bin nicht so ausgerastet wie andere. Also, ich habe jetzt mich gefragt, hä, Daniel Bryan, Alter? Aber ich bin jetzt nicht so ausgemacht wie bei Sting oder bei The Rock. Ähm. Ja, aber es war schon, das war schon mal wieder ganz nett hinzusehen. Ja, vor allem. Es war halt eine gute Entscheidung, ihn zu bringen, weil, ähm, man dann eben das überbrücken konnte. Ja, aber, ähm, ich glaube, sie hätten Bryan nicht gebracht, wenn sie ihn beim Rumble jetzt, äh, bringen würden. Weil sie wissen ja nicht, ob Bryan überhaupt noch mal im, in Ring wrestlen kann. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie ihn ohne Probleme bringen konnten, ohne, ohne jetzt irgendeinen, äh, Mark-Out-Moment zu ruinieren. Ja. Den es möglicherweise dann gegeben hätte. Aber gut. Daniel Bryan kam raus, hat, äh, gefühlt zehn Stunden lang Yes gechantet, hat dann ein bisschen auch über die Survival Series gesprochen und hat das Team Authority rausgebeten und jedem, äh, eine Match zugeteilt. Äh, bei Seth Rollins Match gab's noch ein, eine Auswahlmöglichkeit auf der WWE-App, aber dazu kommen wir gleich. Das ist auch unwichtig. Wir kommen zum ersten Match und zwar Ryback gewann gegen Mike Henry via Pin nach dem Spinebuster-Cloathline, beziehungsweise die Kombination aus diesen beiden Moves. Eine Minute Matchzeit davor wurde halt, äh, Mike Henry noch angegriffen, äh, von Ryback vor dem Match und war dann halt quasi deswegen so ausgenockt und dann nach der Miethock, feed, feed, more und dann, bam, war's vorbei. War ja ein WrestleMania-Rematch sogar von, WrestleMania 29. Ja. Eigentlich, wenn ich mir überlege, wie dieses Match damals abgelaufen ist, dass Ryback Mark Henry nicht mal auf die Schultern aufbekommen hat und jetzt, dass er, naja, Ryback, äh, dass er Mark Henry squasht, ja, bisschen, ja, keines Kommentars bewirkt. Aber gut, Ryback hat das Match gewonnen, fand ich gut, kann er nur gebrauchen für seinen Aufbau. Die Survivor Series hat ihm ja auch nicht geschadet und, ja, war okay. Wir kommen zu einem Backstage-Segment mit Wins McMahon und der Authority, beziehungsweise jetzt nicht mehr Authority und, äh, Wins McMahon sagt, er ist enttäuscht und, ja, auf geht's zum zweiten Match, WWE Intercontinental Championship. Und zwar Luke Harper gegen Dean Ambrose. Wurde auch von Brian tatsächlich festgesetzt, dieses Match. Ähm, ja. Dean Ambrose gewann, aber nur via DQ. Da Harper Ambrose gegen den Referee schubs, das war so ein bisschen ein chaotisches Finish, muss ich sagen. Also, ich hab das jetzt auf den ersten Blick nicht ganz überblicken können, aber war jetzt kein schlechtes. Es ist auf jeden Fall anders als die anderen DQ-Finishes, die es die ganze Zeit gibt. Finde ich auf jeden Fall besser, dass man da auch mal ein bisschen Abwechslung, zumindest in die Art der DQ-Finishes bringt. Definitiv. Danach kam dann halt noch Bray Wyatt, äh, nee, ich glaub, es gab erst noch einen kleinen, äh, Rambose hat noch ein bisschen auf Harper eingeschlagen, unter anderem auch, äh, ein Dirty Deeds auf dem Stuhl. Äh, dann ist Bray Wyatt gekommen, hat ihn den Sister Abigail verpasst, hat sich auf den Tisch gestellt und hat das gemacht, was er mit am besten kann, neben Promoseiten. Und zwar schiefgrinsen. War, war geil. Und charismatisch sein, was er noch gemacht hat, ist charismatisch sein. Und dann hat er noch ein was gemacht, und zwar charismatisch sein. Ja, genau. Ähm, ich hatte mir tatsächlich, äh, überlegt, Moment mal, es gibt doch ein TSC-Match zwischen Bray Wyatt und Dean Ambrose. Also hatte ich mir diese Minimalmöglichkeit offen gehalten, okay, es gibt die 0, es gibt die 1 zum Milliarden Chance, dass Dean Ambrose jetzt vielleicht doch den Titel gewinnt. Irgendwie, keine Ahnung, Roll-Up, was weiß ich, keine Ahnung, und dann, äh, haben sie ein IC-Title-Match, äh, mit TSC, was aber deswegen keinen Sinn machen würde, war, weil, warum würdest du einem IC-Title-Match ein TSC geben? Ähm, ich fände es auch nicht gut, wenn Ambrose zum Beispiel jetzt ein Champion wäre vom IC-Title. Nee, nee, definitiv nicht. Ich habe mir nur die Option offen gehalten, weil ich mir dachte, okay, die haben halt ein TSC-Match. Was mich immer noch stört, dass ich keine Begründung habe, warum es ein TSC-Match ist. Und ich hoffe immer noch, dass wir eine Begründung dafür kriegen, weil, wie gesagt, ich sehe darin momentan keinen Sinn. Was soll mein TSC-Tifon immer, wenn ich aufnehme? Ähm, ich sag dir ganz kurz, warum. Äh, Entschuldigung. Es ist unglaublich. Leute, in jeder Aufnahme klingelt sein Handy. Es ist unglaublich. Es gibt ja nicht so eine Funktion wie zum Beispiel lautlos stellen. Nein, sowas gibt es bei ihm nicht. Er muss es immer, immer auf laut haben, auf voller Lautstärke am besten. Jetzt beschwer dich nicht, verdammt. Das ist ein uraltes Telefon, da kannst du nicht auf lautlos stellen. Dann leg es während der Aufnahme ins Wasser, Mann. Nee, es war ein Spaß. Also, auf geht's. Was ich dir noch sagen wollte, TSC-Match zwischen den beiden einfach deswegen, um der Fähne mehr Intensität zu verleihen. Und, weil ja Dean Ambrose ihn quasi durch, äh, unter, ähm, Stühlen begraben hat, ihn durch den Tisch geschlagen hat und dann noch die Leiter rausgeholt hat und darauf gefeiert hat, denke ich mal. Also, finde ich es logisch, jetzt daraus ein TSC-Match zu machen. Oder nicht? Gut, dann eben nicht. Simon, willst du mir antworten oder bist du gerade nicht da? Hast du dich gemutet? Gut, ich mach einfach mal weiter, vielleicht hast du irgendwann... Ah, okay, wo warst du? Ich hab mich gemutet. Ja, ich hab dir, ich hab dir bloß nochmal erklärt, warum es jetzt ein TSC-Match gibt. Ja, also quasi meinem Ego, was, äh, den ganzen Tag auf seinem Arsch sitzt und Chris Hero auf dem Wallpaper anstarrt. Ähm. Ja, wir kommen zum dritten Match. WWE Tag Team Championship. Mr. Cody Rhodes. Na, Cody Rhodes, sag ich schon. Ach, das wär schön, wenn's Cody Rhodes wäre. Goldust und Stardust wurden besiegt von Mr. und, äh, Miss via dem Skull... Skull, genau. Skull-Crushing-Finale. Nach dem Skull-Crushing-Finale von Miss gegen Stardust. Äh, du magst auch übrigens, wie ich Test of Strange ausspreche. Ich hab mir jetzt die richtige Betonung angeeignet, übrigens. Aha. Ne, hab ich doch nicht. Super. Okay. Backstage, ja, okay, das können wir, ähm, mal getrost außer Acht lassen, dass Kane irgendwie, äh, Manager fürs Essen war oder so. Ich hab in dem Moment, als Daniel Bryan es gesagt hat, gebetet, dass sie ihm ne Maske einfach aufsetzen. Das hätte mir gereicht. Aber nein. Kane. Du bist der, du, du, du bist der Snack-Verkäufer. Und du, du, du kriegst, du kriegst ne Bratwurst von Reibach in die Fresse. Das ist, das ist bestimmt super. Oh Mann. Das ist bestimmt lustig, das ist die WWE-Comedy. Ja. Ich meine, Vince, ich meine, Vince hatte bestimmt an dem Tag Besseres zu tun, als sowas zu schreiben, aber... Nee, Alter. Wer denkt denn, dass Kinder sowas lustig finden? Ich hab hier ne 10-jährige Schwester, die lacht über vieles, aber definitiv nicht über sowas. Und das ist deiner Zielgruppe, 10-jährige Kinder. Ja. Ähm, wir machen weiter. Übrigens, wir wollten jetzt immer die Reviews so ein bisschen unter, beziehungsweise halt so eine halbe Stunde anpeilen, wenn's mal länger geht, ist auch nicht schlimm, aber... Wir sind schon bei der Hälfte. Ja. Nee, wir telefonieren ja nur so lange. Die eigentliche Ausgabe geht ja kürzer. Ach, ja. Also wir sind jetzt ungefähr bei 12 Minuten. Stimmt, ja. Also, ja, wir machen weiter. Rusev und Lana, äh, wurden ja am Anfang aufgefordert, entweder es gibt ne, ne Battle Royal zwischen Rusev und dem ganzen Roster, glaub ich, oder, äh, um den US Title, oder, ähm, sie loben die USA in den Himmel. Und Lana sagt dann, also erst sagt Rusev so ein bisschen, okay, er ist zuversichtlich und er wird jetzt alles zerstören. Dann sagt aber Lana, ähm, sie wollen sich keine Gehirnwäsche verpassen lassen von dummen Amerikanern. Äh, und wollen eigentlich schon beide den Ring verlassen. Dann kommt auf einmal Bryant auf dem Titan Tron und, äh, anschließend kündigt er dann noch Sergeant Slaughter als Überwacher an, der zum Ring kommt mit seinem Auftreten versucht, Slaughter eben noch, äh, Lana und Rusev so ein bisschen aufzufordern. Komm schon, mach das jetzt. Äh, hat ihnen das so vorgeredet, sie mussten es dann halt nachreden. Und, ja, dann, Rusev nimmt dann am Ende noch Lana das Mic weg und sagt, komm Lana, wir gehen. Und dann, äh, bedroht er noch so ein bisschen Slaughter, bis auf einmal Jack Swagger in den Ring kommt und dann eben Rusev noch ein bisschen zerstört. Äh, ja, fand ich jetzt nicht so gut. Also, mir hat Rusev auf jeden Fall schon mal besser gefallen, sagen wir es so. Ich hätte lieber die Battle Royale gesehen, bin ich ganz ehrlich. Hätte ich deutlich interessanter gefunden, als dieses, äh, wir bringen jetzt wieder eine Legende für einen kurzen Zeitraum, damit wir irgendein, äh, damit wir irgendein Random Segment haben. Ja, aber ich glaube, die Battle Royale werden wir jetzt vorm Royal Rumble nicht mehr sehen, um einfach den Hype zum Royal Rumble auf dieses Royal Rumble Match. Ja, okay, stimmt natürlich. Ja, zu halten. War ja ursprünglich als 40 Mann Royal Rumble angedacht, jetzt sind es ja doch wieder 30. Finde ich schade, ganz ehrlich, weil, ähm... Ja, damit hättest du einfach das NXT-Roster in den Rumble mit reinpacken können. Eben, und auch, äh, mehr Guest-Stars zum Beispiel, natürlich auch mehr Müll, das ist klar, aber Müll muss ja nicht länger als 10 Sekunden im Ring bleiben, sieh es... Okay, ey, komm, Müll gehört zum Royal Rumble dazu, ich meine, Honky Tonk Man. Ich meine, klar, das ist eine Legende, aber bitte, Honky Tonk Man. Ähm, oder auch sowas wie Hextor, Jim Duggan und so. Sind ja quasi, die haben ja quasi schon den Platz im Rumble abonniert in den letzten Jahren. Ja. Die, die wohnen ja da, die wohnen ja da gefühlt, Backstage, ja, weißt du, die, es sind so die typischen Superstars, die holst du einmal im Jahr, ähm, aus dem Schrank raus und sagst, so, Leute, Rumble, jetzt geht mal wieder für 10 Sekunden raus. Aber gut, wir sollten uns nicht länger drüber unterhalten, wir wollen ja Zeit sparen. Ich möchte ja den Zuschauern nicht hier... Gibt's jetzt eigentlich den Bunny auf Survivor? Ich hab gerade wieder dran gedacht und ich hab gerade wieder Brecher als... Oh, scheiße. Leute, scheiße. Oh, ich schaff's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr auf die Toilette. Voll aufs Mikrofon, warte, ich wisch mal schnell ab. So, okay, wir machen weiter. Aber Fandango gewann gegen Justin Gabriel, so ein Rematch von Survivor Series. Gegen Justin Gabriel? Ja. Wenn du schon mal schlechten Wortwitzen bist hier mit, ähm, Tyson, ne, wie hieß er, nämlich mit, äh, 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 Slater Gator und dem Non-Funny-Bunny, war ja gestern deine Catchphrase. Ja, wir überspringen das jetzt hier einfach, Big Show, äh, macht dann ein Segment, war gut, muss ich sagen. Eric Rowan kommt dann raus und Big Show verspottet dann Rowan. Ja, der Inhalt vom Segment, denke ich mal, müssen wir jetzt hier nicht groß ausführen, also Big Show hat einfach nur in kurzen, kurz zusammengefasst, hat er halt gesagt, äh, er hat, er kann's nachvollziehen, dass er ausgebucht wird, da er eben jetzt als böser Typ quasi aufgenommen wird bestimmt, aber er will halt einfach nur das Beste für seine Familie, wäre er gefeuert worden, dann könnte er sie nicht mehr ernähren und so weiter. Ja. Ähm, dann Singles Match, Brie Bella gewann gegen AJ Lee via Pin, ja, lass ich jetzt einfach mal so stehen, drei Minuten hat's gedauert und, äh, AJ Lee, Alter, dann kam ne richtig awesome, ne richtig geile Promo. Äh, äh, was erwartet man auch von der Frau CM Punks, das kann keine schlechte Promo werden. AJ schnappt sich halt so ein Mikrofon und, ähm, sagt, dass zwei Bellas nötig sind, um den Divas Championship zu gewinnen, aber sie seien beide nicht, im, im, im Ansatz so eine Frau wie AJ Lee und, äh, jemand müsse die Bella-Zwillinge brechen, ich lese das jetzt einfach mal so vor. Aber, außerdem, das war der geilste Satz. Ja. Sei Talent nicht sexuell übertragbar. Wow. Alter. Ja, ähm, weiter geht's mit dem Mixed Tag Team, ne, 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 das will ich jetzt einfach nicht besprechen. Denn, ich lese schon... Ich glaube, ich hab's sogar geskippt. Also, weiß ich gar nicht, äh, was es war, das hab ich nie in meinen Kopf bekommen, bin ich froh. Ich hab's auch geskippt, also... Wollen wir dann zum Main Event, oder kam da noch was? Ähm... Ich glaub, da kam noch das hier, oder kam das mit Rabeck und Kane Backstage, war das schon weit vor. Darüber will ich aber auch nicht reden, also... Ich glaub, ne, es gab noch ne Promo mit Dolph Ziggler und John Cena. Ja. Vor ihrem Main Event, wo halt Cena und Ziggler noch ein bisschen über den Main Event gesprochen haben und über die Tat, dass eben Dolph Ziggler Soul Survivor war. In einer, äh, sehr geilen Match-Story, muss man sagen. Ähm, ja. War halt ne Promo. Cena, Ziggler, hat funktioniert. Dann, hab ich jetzt grad irgendwas vergessen? Ähm, ne. Okay, dann kam es eben zum Main Event Match. John Cena und Ziggler kamen raus, dann kam Danny Bryan raus, hat Seth Rollins rausgerufen und hat den Main Event verkündet, und zwar die Partner von Seth Rollins. Und diese waren mit einer laut WWE, äh, Voting-Anzahl von 93% Joey Mercury und Jamie Noble. Ich muss ja sagen, einfach mal so, straight from the heart, Joey Mercury und vor allem Jamie Noble sind in ihrer Höchstform geile Wrestler in den Ringen gewesen. Insbesondere ein Jamie Noble. Nur, wenn du eine, in Anführungszeichen, Security-Person oder zwei davon mit Seth Rollins in den Ringen stellst, die drei Köpfe kleiner sind als Cena, und dann eine Double-Close-Sein zwischen Jamie Noble und Joey Mercury zeigen ist, dann weißt du, wie dieses Match ablaufen wird, bezüglich den beiden und ihrem Talent. Ja. Wenn du anfängst, auf einmal in Anzug und Hemd zu wrestlen, dann weißt du, okay, das war's mit den zwei, die sind geburriet. Jo, richtig, würde Franz Beckmeuer jetzt sagen. Ja, mei. Ähm, ja, Ziggler und Cena gewann zum Glück, also, zum Glück via Pin, äh, nach dem AA und dem Zig-Zag, war so ein synchrones Ding halt, haben beide Synchronen das gezeigt, haben beide Synchronen gecovert. Dann kam Daniel Bryan, noch nach dem Match, Seth Rollins stand auf der Stage, Daniel Bryan schmeißt Seth Rollins in den Ringen, ich glaub, es gab ein AA gegen Rollins. Ja. Alle drei Feiern im Ringen, Daniel Bryan chanted yes und dann, ja, es kam nicht Sting, es kam nicht Triple H, es kam nicht Vince, es kam nicht Ordnung, es kam nicht irgendjemand Sinnvolles, es kam niemand, aber es kam trotzdem jemand, wer kam ein Perkix. Ähm, ich blende hier mal eben das Soundgeräusch ein. Can I have your attention please? I just received an email from the anonymous general manager of Raw. And I quote, that sucks. Nee, also, ich, ich, man hat's halt jetzt überbrückt und hat halt gesagt, nächstes Mal gibt's, äh, wieder Ordnung. Ja. Und nächstes Mal wird jetzt auch der GM bekannt gegeben, das heißt, man hat wieder so einen kleinen Hype zumindest aufgebaut, auf nächste Woche, bei dem man aber auch extrem enttäuscht werden kann. Also, ich hoffe natürlich, es ist irgendwie Mick Foley oder so, den würde ich da gerne sehen mal wieder, oder... Ich hoffe, es ist Sting. Ganz ehrlich, ich hoffe wirklich, es ist Sting, weil... Nee. Wir haben Sting, wir haben Sting auch heute bei der Ausgabe nicht gesehen. Und ich möchte Sting sehen, ja, nachdem was bei der Survival Series passiert ist. Ich möchte Sting jetzt im TV. Ich will ihn auch sehen. Das Problem ist bloß, es kommt ja bei WrestleMania erst das Match um die gesamte Kontrolle, obwohl das könnte man eigentlich beides machen. Das könntest du ja jetzt schon aufbauen, das ist nicht das Sting. Weil du weißt ja nicht... Warte, 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 warte. Du mal, what's incoming? Das Sting. Aha! Das Sting, das Sting. Danke, danke, danke. Ähm, das Grillenzurpen war heute... Das Grillenzurpen ist, äh, am Boden stecken gebl... Ist am Boden liegen geblieben. Der Witz war zu flach. Entschuldigung Okay, danke Ja Genau, also nächstes Mal eben Cyber Monday Ausgabe, was genau ist das? Keine Ahnung Also ich erinnere mich ja noch zurück An den guten alten Cyber Sunday Das war ja noch ein Pay-Per-View für die Paar Wrestling-Embryonen unter euch Die das nicht wissen Guter alter Pay-Per-View Auch bis 2008 glaube ich weitergeführt Wurde dann ja abgeschafft Ironischerweise nachdem alle Smartphones sehr weit rausgekommen sind vielleicht wird es ja eine interactive raw keine ahnung schauen wir mal jedenfalls wurden wir angeteased und es gab und die ausgabe ist geendet mit naja dazu spammung von e mail tonen und einem grinsenden feiernden michael cole heißt es jetzt wir haben wieder hier michael cole zumindest auch ne und nein ich hab deine catchphrase geklaut nein beziehungsweise die von ellotrix der dann immer so ausrastet aber gut ja ich guck kein ellotrix junge ja ich auch nicht aber ich gucke mir immer gerne seine best auf live streams an weil die ganz lustig sind aber gut ich soll jetzt hier nicht über ellotrix gehen dankeschön fürs zuschauen leute dass ihr bis jetzt schulnote ach ja genau sehr gut dass ich jemanden wie dich dabei habe du sollst jetzt übrigens nicht geerbt fühlen ja eigentlich bist du ein stück scheiße aber ich weiß deswegen habe ich auch braune haare auf dem kopf und wie soll ich sagen mag den undertaker meine schulnote muss ich ganz ehrlich sagen weiß ich noch gar nicht ich würde sagen 3 ich würde sagen 3 ich war jetzt nicht besonders gut weil das kann das kann man nicht erwarten das war jetzt nichts großes aber es war eine gute weiterführung des survival series war jetzt nichts besonderes gab auch richtigen müll kane als snack verkäufer also würde ich eine 3 geben ja dann schließe ich mich an ich würde fast noch eine 3 geben aber es war noch eine 3 also übrigens was ich noch an mehr merken wollte es kam zwischen also in der rohr werbung kam lucha underground werbung so richtig geile sache ich weiß nicht wie sie das stellt ihr mal vor wwe meets lucha underground royal rumbles special er hat gerade einen herzinfarkt leute also ich würde so feiern ich würde so feiern ich feier schon das ding zurück ist hey dankeschön wwe ihr habt mir damit einen richtig großen moment bereitet als müsste noch rei der take on punk kommen und dann spritzen wir alle ab und dann ist der ring noch mehr weiß und dann hören endlich schlechten pinsel zu auf also wenn das wirklich passiert ich glaube zwar also ich glaube noch dran dass es ein andere mysterio noch mal gibt ich glaube auch noch mal dass es ein undertaker gibt ich glaube auch noch mal dass wir sting noch mal sehen werden auf jeden fall ich glaube auch noch mal dass wir sie im punk sehen werden aber nicht alle zur gleichen zeit weil das wäre sonst eine zu krasse six man hell in the self für den wwe championship kam scheiß drauf welch schon denn schon ja bei tlc am besten ne ja genau weil bei tlc ein hell in the same match ne genau ddm 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 so es reicht jetzt ähm ja anna rose und der not funny bunny oh nein und ddm und ddm ddm und ddm ddm und damit schulen unter drei du bist schon wieder auf drogen ich wollte gerade sagen ich denke mal die zuschauer sind am meisten verstört nach dieser aussage jetzt und genug verstört von daher dankeschön an simon dass er dabei war ja wenn ihr noch mehr verstärkt ist von ihm dann guckt mein universe modus oh mein gott eigenwerbung da ist er ja von paar ausgaben dabei auch bei nxt leute für die nxt fans unter euch der part müsste heute abend noch hochkommen rennen hat gerade ist seit 55,2 prozent hurra sagt danke fürs zusehen und ja bis zum nächsten mal tschüss geiler übergang oder